eine familie muss raus aus ihrer wohnung eigenbedarfskündigung der neue eigentümer will selber einziehen zweieinhalb jahre haben die weisers gekämpft um bleiben zu können also tatsächlich jetzt zwei leute kennen das ist mir schon zweimal passiert das ist toll also dass sie wegen eigenbedarf gekündigt worden das ist also diese hilflosigkeit die an der überfällt das ist ein traum und die überfällt ja auch in allein stehen also das ist ja egal das hat jetzt gar nichts mit einer familie zu tun das ist wirklich einfach nicht das macht schon was mit einem in vielen deutschen städten ist es fast unmöglich eine bezahlbare wohnung zu finden eigenbedarfskündigungen sind zu einer echten bedrohung geworden aber geht es bei diesen kündigungen wirklich immer darum dass der eigentümer selbst einziehen will das sind die weisers die vier jungs mit ihren eltern monika und thomas als wir die familie 2021 kennenlernen wohnen sie seit elf jahren in dem mehrfamilienhaus in der karl kornstraße in der kölner südstadt in einer sozialwohnung im erdgeschoss fünf zimmer 110 quadratmeter miete rund 1000 euro warm die papageien franz und frieda wohnen auch hier das haus ist teil eines wohnblocks der einst gebaut wurde um allen einkommensgruppen das leben in der stadt zu ermöglichen staatliche förderung für investoren als gegenleistung niedrige mieten für einen begrenzten zeitraum dieses prinzip der sozialbindung beinhaltet auch einen gewissen kündigungsschutz ende 2009 10 wird die karl kornstraße vier verkauft an eine kölner familiengesellschaft kurz bevor die sozialbindung nach 30 jahren ausläuft dann kommen die kündigungen grund eigenbedarf unser vermieter hat uns gekündigt zuerst uns als familie für als unsere eigene unsere wohnung für sich und hat danach noch vier weitere wohnungen die oben drüber sind gekündigt mit der idee einen große wohnung für sich zu machen umzubauen also für sich und seine lebensgefährtin und zwei kinder die aber nicht dauerhaft bei ihm wohnen das wäre wie gesagt rund rund 200 quadratmeter für wohnungen insgesamt auf denen jetzt auf denen jetzt elf personen leben ja und jetzt stehen wir hier und suchen seit neun monaten eine neue wohnung und das gestaltet sich halt echt schwierig naja also ich schreibe dann hin wir sind eine sechsköpfige familie wir sind wegen eigenbedarfs gekündigt wir suchen so und so wir arbeiten weiter in der pflege haben festen job verdienen geld da hat sich noch nicht jemand gemeldet tatsächlich nicht unglaublich noch nicht mal eine absage und ich meine absage der anwalt reiner titsch ist vom berliner mieterverein er beschäftigt sich schon lange mit den folgen von eigenbedarfskündigungen für mieter ist die ins haus flattern der eigenbedarfskündigung der supergau das kann man so sagen und da sind menschen wirklich in ihrer kernexistenz betroffen gerade die die sehr lange dort wohnen viele wehren sich gar nicht viele bekommen diese kündigungshaus und sagen oh jetzt ist es passiert ich habe keine chance ich kann nur noch sehen dass ich irgendwie wegkomme die weisers und andere mieter aus der karlkornstraße 4 wollen auf ihre not aufmerksam machen einige haben schon räumungsklagen bekommen also für mich ist das totales neuland ich habe sowas noch nie gemacht ich war noch nicht so bedrohlich in situation tatsächlich also für mich persönlich bedrohlich ich habe natürlich auch angst wir sind ja im prozess mit also wir haben ja die räumungsklage schon und deswegen bin ich natürlich auch schon auch verunsichert eine wohnung ist mehr als ein dach über dem kopf eine wohnung ist heimat und gibt sicherheit wir leben ja hier in diesem viertel wir wohnen ja nicht nur mehr wir leben in einem tollen haus mit tollen menschen man passt aufeinander auf und das wäre schon tragisch für uns überhaupt hier weg zu müssen nur wenn wir wirklich weg müssen wissen wir noch nicht mal wohin ein umzug ginge vor allem zu lasten von milan er ist der dritte sohn der weisers milan hat eine schwere entwicklungsstörung kann nicht lesen und schreiben und auch nicht richtig sprechen er ist ja geboren und groß geworden jeder kennt den milan und es ist tatsächlich sowas von enorm wichtig dass jetzt so diese sicherheit in diesem sozialen umfeld hat das sind auch auffangen kann mal hier da es war ein langer schwieriger weg die richtige schule für milan zu finden eine an der er auch glücklich ist müssten die weisers das viertel verlassen müsste milan wieder die schule wechseln wenn ich mir jetzt vorstelle ich müssten wieder ein ganz neues schon allein neues schulgebäude neue gesichter neuer weg dahin ich liege da auch oft wach und weiß nicht wie es mal also da wird wieder alles von von null anfangen die wohnung ist die grundlage für alles der arbeitsplatz die schulen der kinder die freunde alles ist nah wer seine wohnung verliert kann auch all diese verbindungen verlieren das deutsche mietrecht bietet grundsätzlich genug schutz findet marcus arz direktor der forschungsstelle für immobilienrecht er sieht auch das gesetzliche recht der eigentümer ihre wohnung selber zu nutzen wir haben ja die situation dass der vermieter im zweifel der eigentümer der wohnung ist er überlässt dem mieter die wohnung und in deutschland eben auf unbestimmte zeit und weil er sich eben in diesen mietvertrag begibt muss ihm auch die möglichkeit zustehen wieder an seine räume zu kommen da ist die eigenbedarfskündigung tatsächlich ein ganz wichtiger ausgleich dafür dass wir eben im deutschen recht keine weiteren kündigungsmöglichkeiten haben der eigentümer kann nicht nur für sich sondern auch für seine kinder andere verwandte auch für hausangestellte oder pflegepersonal seinen mietern kündigen es gibt natürlich auch fälle des missbrauchs dass ein solcher eigenbedarf vorgetäuscht wird und dann besteht er eigentlich nicht aber dann ist die einzige möglichkeit eben die mieter aus der wohnung raus zu bekommen weil man vielleicht andere interessen hat das kann heißen sanieren und teurer vermieten denn da wo es teuer ist in unseren städten wird es noch teurer in berlin etwa sind die mieten bei neuvermietungen seit 2012 um gut 97 prozent gestiegen in hamburg um 33 prozent und in köln um 54 prozent münchen hat schon lange den teuersten wohnungsmarkt in deutschland seit 2012 sind die mieten aber noch mal um mehr als 60 prozent gestiegen und so wird es immer attraktiver für eigentümer alte mietverträge loszuwerden in den letzten jahren haben wir sehr hohe zahlen von eigenbedarfskündigungen und das sind nur die leute die zu uns kommen die menschen die gar nicht sich an eine beratung wenden die werden auch nicht wahrgenommen wer widerspruch einlegt muss sich oft vor gericht mit dem eigentümer streiten aber das fällt vielen mietern schwer und obwohl anwälte und mieter vereine von immer mehr eigenbedarfskündigungen berichten es gibt keine genauen zahlen keine statistik auch ob die eigentümer dann wirklich einziehen wird nirgendwo erfasst auch monika und thomas weiser treffen heute vor gericht auf den neuen eigentümer ihrer wohnung weil sie widerspruch gegen die kündigung eingelegt haben hat er sie verklagt auf räumung der wohnung in solchen situationen denke ich jetzt eine zigarette das wird mir gefallen aber ich habe ja nicht mehr die situation ist einfach angespannt weil man sucht neue wohnungen man guckt aber man will ja gar nicht weg eigentlich und das hat immer so ich habe bauchschmerzen wir sind ja da als beklagte und das klingt schon irgendwie so ich habe ja eigentlich nichts also ich habe ja keine straftat begangen oder so eigentlich ich will ja nur wohnen wo ich will und das finde ich schon so also für mich schon auf schon aufregend irgendwie ich möchte ich gern beklagter sein wenn ich eigentlich gar nichts schlimmes gemacht habe monika und thomas weiser wollen sich mit niemandem streiten aber sie haben keine alternative der anwalt ist ein freund von ihnen eine rechtsschutzversicherung haben sie nicht mehr in der verhandlung lehnen die weisers einen vergleich 10.000 euro und eine verlängerte räumungsfrist ab das geld würde nicht helfen sagen sie moritz oder die wohnung der familie weiser für sich nutzen will macht seine aussage er wohne zur miete in beengten verhältnissen wolle in der nähe seiner getrennt lebenden kinder wohnen die an den wochenenden bei ihm leben auch seine freundin mit ihrem kind will bei ihm einziehen das gericht stützt sich allein auf die aussagen von moritz und seinen zeugen das sind seine schwester ein cousin und seine freundin ob die richterin den aussagen glaubt entscheidet über das weitere leben der familie weiser ob moritz vielleicht andere geeignete wohnungen besitzt also eine alternative hätte darüber muss er keine auskunft geben die anwältin brigitte biel kennt das problem eigenbedarf wird nur durch die aussage des vermieters begründet die mieter haben kaum eine chance das gegenteil zu beweisen das problem ist weder die parteien noch die anwälte sind ja verpflichtet irgendwelche detektiv arbeiten zu machen es geht ja hier im zivilverfahren kann nur das berücksichtigt werden was einem richter vorgelegt wird das heißt die benannten zeugen sagen ja ich will in die wohnung rein dann sieht das hat das verfassungsgericht so vorgesehen und dann ist dieser eigenbedarf einfach sehr stark und der vermieter hat die starke position und das ist schon dann so wie david gegen goliath ja steht das recht auf eigentum über dem recht auf wohnen einem menschenrecht in der räumungsklage gegen die familie weiser wird heute nichts entschieden das urteil so erfahren sie von ihrem anwalt wird in vier wochen telefonisch übermittelt was zu diesem zeitpunkt weder die weisers ihr anwalt noch das gericht wissen moritz o hat bereits 2015 ein anderes mehrfamilienhaus in der kölner südstadt gekauft in der lothringer straße 13 g minuten von der wohnung der weisers entfernt das grundbuchamt hatte zuvor keine auskünfte über weitere immobilien von moritz o erteilt nur durch einen zufall erfahren wir im märz 2023 von diesem haus durch einen anruf aus der nachbarschaft kinga otter kennt die geschichte des hauses in der lothringer straße ganz genau sie hat 2015 hier noch mit ihrem mann und ihrem kleinen sohn gewohnt unsere vermieter waren schon ein bisschen älter und die kinder von denen wohnten im ausland und eines morgens stand ein großes zu verkaufen schild bei uns im vorgarten aus dem heiteren himmel gekauft haben das haus moritz o und seine damalige frau alina die neuen eigentümer stellen sich kurz darauf vor die wollten uns persönlich mitteilen dass die uns sowie alle anderen bewohner des hauses auf eigenbedarf hin kündigen möchten man wollte quasi zusammenziehen moritz und seine ehefrau mit den kindern und die schwester maximilian der lebensgefährte und hier wird ausdrücklich noch mal auf einen dringenden kinderwunsch der schwester hingewiesen es gab noch kein kind aber es bestand ein dringender kinderwunsch und deswegen wollte man sich schon mal präventiv vergrößern und ja wollte als familie dann quasi das gesamte gebäude bewohnen ein familien stadthaus also so ähnlich wie es die familie später in der karlkornstraße plant die mieter widersprechen der kündigung nicht alle halten den anspruch der eigentümer auf eigenbedarf für rechtmäßig doch dann wird ihr leben im haus noch während der kündigungsfrist eine belastung eigentümer moritz o fängt gleich an zu entkernen in den wohnungen im erdgeschoss hatte man bereits die decken rausgerissen die toiletten rausgerissen es stank erbärmlich weil man hatte auch die erbsküsse nicht zugemacht es war august es war wirklich warm also es roch unglaublich es war alles völlig zugestaubt wir waren natürlich völlig geschockt wirklich völlig geschockt besonders deutlich schlug sich das am norbert nieder der war etwas älter weil schon im ruhestand er hat auch extrem an gewicht verloren war quasi nur noch in schatten seiner selbst am norbert hat 30 jahre in dem haus gewohnt also quasi fast sein halbes leben ich glaube das war einfach zu viel nicht verstanden wie sowas passieren kann noch vor ablauf der kündigungsfrist ziehen kinga otter und ihre familie aus einer baustelle aus auch norbert verlässt das vertraute viertel ein jahr nach seinem umzug in einen anderen stadtteil verstirbt der rentner wie fotos belegen bleibt das haus in der lothringer straße von 2016 bis 2022 eine baustelle sechs jahre lang eingezogen ist moritz hier nach aussagen von nachbarn nie auch seine schwester nicht nach der sanierung wurden die wohnungen erst im frühjahr 2023 vermietet für 20 euro pro quadratmeter es ist jedes mal so ein kleiner stich wenn man dran vorbeigeht was bleibt es ein bitteres gefühl und die sehr ernüchternde erkenntnis dass solche dinge passieren können nicht nur uns es kann jedem passieren rund sechs jahre nach den ereignissen in der lothringer straße sitzt die familie weiser nach ihrem termin am amtsgericht beim mittagessen ahnungslos die eltern sind erleichtert dass die verhandlung vorbei ist und zuversichtlich dass die richterin den eigenbedarf von moritz o sorgfältig prüfen wird nur monika weiser ärgert sich noch über die aussagen von moritz o vor gericht ich finde das echt so dass er dann immer argumentiert mit seine kinder sollen schön sollen uns gut haben und sollen kurze wege und im garten und so das gönne ich diesen kindern auch von herzen aber ja dann nicht auf zur last von meinen kindern also verstehe das gar nicht mehr also wir sind doch in derselben situation von uns wird quasi verlangt dass wir uns komplett um um strukturieren das ist ja das nimmt er in kauf oder es ist ihm ja gar gebe ich den halt mal 10.000 euro dann werden sie so schon mitmachen das finde ich irgendwie geht mir total gegen strich ein haus in einer begehrten lage auslaufende sozial bindungen und die aussicht auf fantastische renditen wenn man die mieter los wird so wird die eigenbedarfskündigung zu einem gefährlichen instrument auf dem wohnungsmarkt in allen deutschen ballungsgebieten und ganz besonders in berlin die hauptstadt ist die mieterstadt rund 82 prozent der berliner leben in mietwohnungen noch in den nuller jahren galt der wohnungsmarkt als ganz entspannt doch dann nach der finanzkrise explodierten die preise eine goldgrube auch für private anleger die quadratmeterpreise für eigentumswohnungen haben sich in weniger als zehn jahren mehr als verdoppelt sie liegen in den innenstadtbezirken je nach wohnlage zwischen fünf und sieben tausend euro und höher nach der wende gab es auch im osten staatliche förderung für die sanierung von altbauwohnungen wie beim sozialen wohnungsbau auch diese mietpreis bindungen laufen nun je nach vertrag nach 20 bis 25 jahren aus camilla kämpft in der initiative pankow gegen verdrängung gegen diese entwicklung in ihrem stadtteil das ist unsere karte die wir erstellt haben von den häusern die auslaufen wo die sozialbindungen jetzt auslaufen mehr als 3000 haushalte und wir stehen jetzt jetzt muss ich suchen wir stehen jetzt in der schliemannstraße hier sind es besonders viele häuser hier am helmholtzplatz sind es alleine 70 häuser die in den drei jahren auslaufen wir wissen auch über die schliemannstraße dass hier sehr viele eigenbedarfskündigungen schon rausgegangen sind und auch in der dunkerstraße an der nächsten straße wissen wir sehr viele eigenbedarfskündigungen ja da sind schon in einem haus alleine 67 kündigungen reingekommen eigentümer die früher günstig gekauft haben holen jetzt die gewinne ab indem sie die wohnungen verkaufen die leute die nun kaufen brauchen vielleicht selbst eine wohnung oder sie wollen investieren geld verdienen und täuschen einen eigenbedarf vor die ehemaligen sozialwohnungen sie sind so etwas wie frischfleisch auf dem berliner immobilienmarkt allein was stört das sind die menschen die noch in den begehrten wohnungen wohnen die mieterinnen und mieter das ist das haus in dem ich wohne hier in pränzlauer berg in dem jetzt im januar die die bindung ausgelaufen sind diese sozialbindung dienen schutz bedeutet hat für uns alle mieter in wir hatten einige wohnungsbesichtigungen und dann stehen manchmal kaufinteressenten auch wir beobachten das ja auch von pankow gegen verdrängung und von anderen initiativen her stehen die in kinderzimmern und sagen ja hier will ich gern wohnen sagt dann kaufinteressenten zum kind und seit januar haben wir schon zwei eigenbedarfskündigung im haus und erwarten nächste das leute darüber die macht haben wo ich wohnen werde das ist ein sehr schlechtes gefühl und es macht was mit einem ja die wohnungen die vier wände sind nicht mehr sicher wir haben auch schon selbstmorde in berlin gehabt also aufgrund von eigenbedarfskündigung oder dann auch räumung und zwangsräumungen gegen diese machtlosigkeit wehren sich hier viele mieterinnen und mieter aus ganz unterschiedlichen lebensverhältnissen viele haben eigenbedarfskündigungen bekommen andere können die hohen mieten nicht mehr zahlen sie planen aktionen um die politisch verantwortlichen zum handeln zu bringen es geht aber auch darum sich nicht mehr schutzlos und allein zu fühlen alle die hier sitzen fühlen sich von der politik verlassen wir sind ein gemeinwesen wir sind eine stadt in der leute zusammen wohnen und sollte um diese interessen der leute die hier wohnen gehen ich habe da mein mein glauben an die politik komplett verloren ich glaube da nicht dass große parteien hier was getan haben für irgendjemanden in den letzten zehn jahren die berliner rechtsanwältin carola handwerk arbeitet ausschließlich für die interessen von mieterinnen und mietern vor zehn jahren war eine eigenbedarfskündigung in ihrer kanzlei noch eine ausnahme inzwischen vertritt sie ihre mandantinnen vor gericht fast nur noch in fällen von eigenbedarfskündigungen es ist ja ein es ist ja ein machtgefälle sozusagen ich habe das geld ich kann mir eine wohnung kaufen und ich kann dann bestimmen ob ich drin wohne oder derjenige der drin wohnen ausziehen kann das ist wirklich einfach sozial ungerecht weil es einfach die bevorteilt die das geld haben eine wohnung zu kaufen und die leute sozusagen in panik zurück dass die das nicht einfach auch so machen können die verhandlung ihrer räumungsklage ist jetzt einen monat her die weisers erfahren heute das urteil hi noch nichts noch nichts wir telefonieren um drei mit unserem anwalt ich hoffe dass wir dann was wissen ja drei ist drei ist drei ja mit einer räumungsfrist bis 28 2 2023 naja erstmal ist jetzt wir haben mit dem thomas gesprochen nicht so gut die richterin hat also den aussagen von moritz geglaubt das ist das ärgert mich so dass es geht hier nicht nur um diese vier wände sondern um alles drum rum dass das ist einfach jemand zu weg nehmen kann gibt es ja noch leer stehende wohnung häuser die hätte kaufen können ja auch schon bewohntes haus und macht es leer also die familien gb rd os konnte ein komplett vermietet das haus kaufen mit 15 wohnungen in denen familien alleinstehende paare rentner schon lange zusammenleben ein soziales miteinander dafür war dieser wohnblock mit staatlicher förderung gebaut worden vermietete wohnungen sind günstiger als unvermietete wohnungen sozusagen das gibt kaufpreisunterschiede von 1000 2000 euro wird gesagt das nicht meine eigene erfahrung und deshalb werden so viele gemietete wohnungen gekauft ich sage das manchmal ketzerisch auch in der kriegsverhandlung auch wenn es nicht justizial ist warum haben sich denn keine leere wohnungen gekauft gibt es ja wird ja neu gebaut eigentumswohnungen werden ja auch gebaut und so naja weil der kaufpreis günstiger ist von einer vermieteten wohnung wenn sie eigenbedarfskündigung in eine suchmaschine bei google oder einer anderen eingeben dann kloppen auf der stelle eine reihe von anzeigen von immobilienentwicklern auf die ihnen die beratung andienen was sie denn machen könnten wenn sie ihre wenn sie eine immobilie gekauft haben und vielleicht den meter dort loswerden wollen wenn sozialwohnungen ihre mietpreisbindung verloren haben sind sie ganz normale mietwohnungen auf dem freien markt in vielen deutschen städten hat der anteil der sozialwohnungen seit 2010 dramatisch abgenommen heute haben wir in ganz deutschland nur noch gut eine million wohnungen mit sozialer bindung aber elf millionen haushalte die anspruch auf eine sozialwohnung haben die sommer idylle bei den weisers täuscht denn noch immer weiß die familie nicht wo sie hin sollen den nachbarn ist nun auch gekündigt worden lisa ehlers ihr mann und die drei kinder sollen für ein anderes mitglied der familie ausziehen einen studenten er will hier mit seiner freundin einziehen die beiden haben so die begründung einen kinder wunsch in unserem fall also derjenige für den wir ausziehen sollen das ist der cousin von demjenigen der unser nachbarn gekündigt hat er ist auch aktiv bei der fdp was ich sehr spannend finde weil die fdp fdp köln auf ihre seite auch stehen hat dass sie eben sich für bezahlbaren wohnraum einsetzen und also vor allem im zentrum und gerade für junge familien und familien muss mehr bezahlbarer wohnraum her die fünfköpfige familie von lisa ehlers sucht nun also auch eine neue wohnung und so dreht sich jedes gespräch zwischen den nachbarinnen um die wohnungssuche hast du dich denn bei der wohnung müllheim beworben hast du eine antwort bekommen das ist immer noch drin das war buchheim ok und da hatten wir eine antwort bekommen als lisa und just die kündigung kriegt haben da das für mich auch noch mal ein echter schlag im magen muss ich ehrlich sagen das hat mich auch noch mal echt getroffen weil es dann klar ist okay es hört nicht auf also es geht immer weiter alle im bundestag vertretenen parteien in deutschland setzen sich für mehr bezahlbaren wohnraum ganz besonders für familien ein alle befürworten eine soziale mischung in den innenstädten und alle wollen sozialwohnungen bauen doch wenn gebaut wird wie hier in der kölner südstadt dann ist es meist nicht bezahlbar lisa ehlers war hier auf einer besichtigung und hat sich mit vielen anderen auf eine wohnung beworben also die wäre ich glaube zum vergleich zu unserer jetzige wohnung 20 oder 30 quadratmeter kleiner die wäre trotzdem noch 500 euro teurer gewesen aber ich dachte hier wirklich direkt um die ecke immer noch im einzugsgebiet der grundschule immer noch direkt am park deswegen war ich natürlich absolut bereit da die abstriche zu machen aber dann muss man die wohnung natürlich auch erst mal bekommen und da gab es eine absage es gibt so wenige als es wirklich ein zittern ja auf ganze linie 1 6 kalt 1 4 kalt was haben wir hier noch immer ist monika weiser auf wohnungssuche ohne erfolg mittlerweile habe ich den radius tatsächlich auf 20 kilometer von unserem wohnort erweitert hat aber auch wenig unterschied gemacht ehrlich gesagt beide weisers arbeiten in der pflege thomas als pflegedienstleiter und monika als intensiv krankenschwester in der neurologie der uniklinik beide haben schichtdienste und sind auf kurze wege angewiesen als wir sie kennenlernen mitten in der zeit der pandemie gelten ihre berufe als system relevant viel ist die rede davon dass menschen in pflegeberufen zu wenig verdienen dass sie mehr wertschätzung durch unsere gesellschaft erfahren müssen dass viele diese arbeit nicht mehr machen wollen eine wohnung aber gibt es für die weisers in der kölner innenstadt nicht ich sehe auch dass das problem in den in den ballungsräumen enorm ist das ist dass wir ein riesiges problem haben und wenn wir nicht langsam zu lösungen da kommen unter umständen auch soziale unruhen auf uns zukommen können weil eben wohnen wir reden schon seit langem darüber dass das wohnen die neue soziale frage ist bei den nachbarn in der karlkornstraße 4 geht die angst um wen es als nächstes trifft in der hausgemeinschaft fühlt sich keiner mehr sicher besonders die älteren leute nicht es ist eine wirkliche tragik weil alle leute die hier leben leben gern hier und und es ist natürlich auch immer die angst verbunden ist man selbst der nächste heute hat bei mir spät vormittags kam die klingel ich frage durch die gegensprechanlage wer das wäre ja der briefträger ein brief für sie und für mich persönlich ein brief scheiße kriege ich jetzt auch eine kündigung sein gefühl hat man man sitzt die ganze zeit auf seinem sondern wie nennt sich diese schleudersitz irgendwie drauf der jederzeit hochgehen kann und und ist eine totale verunsicherung des lebensgefühls hier das sind wahrscheinlich themen mit denen sich ein politiker wahrscheinlich nicht befassen muss weil er vielleicht und ja aber auch nicht muss weil er in der situation ist dass er halt gut wohnt oder eigenheim hat was auch immer ist ja auch egal aber anscheinend ist es gibt es halt themen mit denen die nicht in berührung kommen dann ist das auch kein thema dass man sich kümmern muss wir hätten gerne mit den zuständigen bundesministerien über die situation gesprochen warum eigenbedarfskündigungen für private eigentümer so einfach umzusetzen sind konnten wir justizminister marco buschmann fdp leider nicht fragen das thema sei etwas zu klein für den minister so ein sprecher bau und wohnungsministerin klara geiwitz ließ erklären sie können nur etwas zum thema bau von sozialwohnungen beitragen und sagte dann ab wenn es um den mangel an sozialem wohnraum geht dann soll immer gebaut werden rainer titsch vom berliner meterverein ist der meinung dass die vorhandenen wohnungen besser geschützt werden müssen der allergrößte anteil der wohnungen ist im bestand das heißt dadurch dass ich die bestandswohnungen über die umwandlung in wohnungseigentum sozusagen freigegeben einer neuen dynamik ausgeliefert habe kann ich diese diese an sich preiswerten bestandswohnungen eben nicht mehr für die versorgung der menschen mit niedrigen und mittlerem einkommen bereithalten hier in berlin prenslauer berg muss nicht gebaut werden es gibt genug wohnungen eigentlich doch es hat ein ausverkauf stattgefunden die wohnungen sind inzwischen vergleichbar mit wertpapieren an einer internationalen immobilienbörse mieterinnen und mieter wie hier anne rose schröder bekommen diese entwicklung oft gar nicht richtig mit dabei geht es doch um die vier wände in denen sie leben viele im haus wissen gar nicht wer überhaupt der eigentümer ist also wir haben uns jetzt auch öfter schon darüber hier ausgetauscht in unserem haus chat wer ist eigentlich unser eigentümer das ist praktisch ein joint venture von einer ärztekammer in der steiermark mit kronberg international ist ein dänisches immobilienunternehmen eines der größten frau schröder macht sich berechtigte sorgen dass der dänische konzern und die ärzteversorgung aus der steiermark möglicherweise geld verdienen wollen mit dem haus in dem sie lebt die wohnungen sind schon in eigentumswohnungen umgewandelt worden die sperrfrist läuft noch sieben jahre dann erst können sie weiter verkauft werden frau schröder fürchtet dass dann eigenbedarfskündigungen kommen sie ist hier aufgewachsen und möchte bleiben haben wir gestern mal die mühe gemacht und hab mal geguckt was unser vermieter hier anbietet in berlin fast 3000 euro warm könnte ich mir nicht leisten ja ich bin wie sagt rentnerin und wo soll man dann hin wir laufen ja überall jetzt die förderverträge aus und ich kann es eigentlich nicht fassen dass die politik sich damit nicht beschäftigt hat und das nicht vorher sozusagen ins auge gefasst hat ja was machen wir denn was passiert dann mit den leuten und wenn man lässt es einfach so laufen die politik hat die kontrolle über den wohnungsmarkt verloren besonders in berlin aber auch in vielen anderen deutschen städten sind zu viele mieterinnen und mieter den kräften des freien marktes ausgeliefert die weisers haben ihre geliebte wohnung aufgegeben es hat sich etwas getan auf dem wohnungsmarkt hatten sie keine chance aber eine freundin konnte ihnen etwas vermitteln im viertel nur ein paar minuten von der alten wohnung entfernt die sache hat einen gewaltigen haken und stellt die familie vor eine neue herausforderung und trotzdem ein riesenglück rein spaziert das ist unser neues zu hause fenster sind geputzt kann rausgucken schön ganz anders ist ganz anders ja aber muss ja nicht schlechter sein also wie gesagt wir werden es uns ja auch schön machen der ehemalige familie hausbesitzer der wollte eigentlich selber hier einziehen der hat sich hier schon dieses schlafzimmer einbauen lassen das wird halt jetzt unseres genau geht es hier ins wohnzimmer das will ich auch schön als echten schönen großen balkon hat und kleinen innenhof unten und hier ist die küche da kann man hier schön beim essen aus dem fenster gucken doch der preis ist hoch familie weiser muss sich auf zwei wohnungen aufteilen oben die älteren mit den jüngeren söhnen unten im erdgeschoss sollen die beiden älteren jungs 15 und 17 jahre alleine wohnen dafür zahlen die weisers insgesamt 1700 euro miete 700 euro mehr als vorher nicht alle aus der familie haben in der neuen wohnung platz franz und frieda kommen nicht mit dafür haben jetzt leider kein platz mehr ist noch nicht ganz klar wohin wir sind mit einigen mit jemand in der eifel in kontakt und in köln ich hoffe natürlich dass ihr das dann auch gut mit macht das sind ja so gewohnheitstiere das ist auch ein thema was wir oft noch ein bisschen klein halten muss ich sagen also was heißt das also jetzt in der familie so mit den kindern und so weil das sind halt familienmitglieder also wenn du dir eine jacke anziehst dann ruft dir die frieda tschüss hinterher oder tschau und einfach dieses ja dass sie halt hier sind im februar 2023 ist der umzug die weisers eine sechsköpfige familie mit wohnberechtigungsschein zieht nach 13 jahren aus einer ehemaligen sozialwohnung aus die nun zu einer mehrgeschossigen luxuswohnung umgebaut werden soll sie hinterlassen eine lücke es war halt wirklich so eine richtig schöne haus gemeinschaft also gerade jetzt hier für uns im erdgeschoss mit den kindern und aber auch im ganzen haus und es ist halt einfach so von außen kaputt gemacht worden irgendwo und das ist halt was was einen schon nachdenklich macht letztendlich regelt das geld so und da spielt es dann auch keine rolle ob irgendwas gewachsen ist oder nicht wie auch die weisers wollen lisa ehlers und ihr mann jost um ihre wohnung kämpfen auch sie müssen sich vor gericht mit ihrem vermieter der familie o streiten und schätzen ihre chancen nach den erfahrungen der weisers gering ein noch ist nichts bekannt darüber dass mitglieder der familie o schon einmal ein haus in der südstadt gekauft haben um dort einzuziehen heute geht es nur um eine erste anhörung die familie o ist durch ihren anwalt vertreten und erscheint nicht persönlich die chancen für die familien gb r der os auch diese wohnung leer zu kriegen sie stehen gut die tendenz ist tatsächlich so so erlebe ich das dass bei eigenbedarfskündigungen im regelfall der eigenbedarf durchgeht ja das ist so und die spezielle situation ist natürlich ganz grauenvoll da sind drei kleine kinder und die sollen im endeffekt platz machen für einen studenten in der kurzen anhörung prüfte richter die schriftlich vorliegende eigenbedarfskündigung für den studenten sebastian o er möchte mit seiner freundin einziehen wieder wird ein vergleich angeboten 5000 euro für die fünfköpfige familie und eine zwei monate längere räumungsfrist wir haben ja im prinzip mit dem vergleich meines erachtens das absolute minimum angeboten bekommen und das das ärgert mich wir sind fünf personen die für ein oder zwei personen weichen sollen es ist alles rechtens aber es ist es ist moralisch nicht in ordnung also das ist halt das dilemma es gibt noch einen anderen fall in der wohnung im ersten stock rechts wohnt las rüffert er lebt seit 20 jahren hier auch ihm ist nach dem eigentümerwechsel gekündigt worden seine wohnung soll ja mit der ehemaligen erdgeschosswohnung der weisers zusammengelegt werden schon lange kann las nicht mehr gut schlafen das haus gibt mir einfach einen emotionalen halt das ist einfach so eine hausgemeinschaft und bei weisers war geburtstag man wird eingeladen oben die alte vor pilgern die hatten fernsehprobleme geht man hoch und hilft seit wir eigentlich auch wie eine familie auch er hat sich gegen die eigenbedarfskündigung gewährt am tag der ersten anhörung von seinen nachbarn lisa und jost ist auch seine verhandlung moritz wird wieder erscheinen und dem gericht erläutern warum er nicht nur die wohnung der weisers sondern auch die von las braucht als zeugen hat er wieder seine schwester maximiliane und seinen cousin den studenten sebastian o benannt die verhandlung wird beendet die zeugen alles mitglieder der eigentümerfamilie verlassen den saal lars rüffert hat aufgegeben er kann nicht mehr seine anwältin hat ihm geraten zu nehmen was er bekommen kann 5000 euro und eine räumungsfrist bis ende november nachbarn und freunde sind bestürzt was hat er denn auch für eine wahl letztendlich naja ich meine guckte halt dass das irgendwie für sich noch was mitnehmen kann das kann ich auch nachvollziehen ja definitiv für ihn ist das ja auch nicht der macht das ja nicht einfach so als so toll ist also ich denke der punkt ist nicht das geld entschuldigung ich bin gerade ein bisschen emotional da ist einfach so leute durchkommen mit sowas und das ist eigentlich nicht nur ordnung dass man familien rausschmeißt nur um damit ihr ihr eigenes ding machen und ich bin überzeugt dass sie danach auch da nicht wohnen werden oder das weitervermieten und das finde ich einfach nur traurig ich meine es ist mein sohn mir sehr weh im moment auch zu recht dafür gibt es keinen schutz nee dafür gibt es keinen schutz und das ist auch nicht vorgesehen anscheinend wir werden als mieter als die die schuldigen dargestellt als diejenigen die was unrechtes tun genau die beklagten dafür man sich dann auch noch mal zu unrecht schlecht also verstehe ich nicht also wir sind die schuldigen weil wir zur miete wohnen und nicht sofort ausziehen wenn einer sagt zieh aus einen tag nach dieser verhandlung erfahren wir dann von dem anderen haus das moritz wo schon jahre zuvor mit eigenbedarfskündigungen entmietet hat das haus in der lutheringer straße das haus in das er nie eingezogen sein soll etwa zu der zeit als die weisers aus der karl kornstraße ausziehen mussten hat er es vermietet für 20 euro pro quadratmeter doch eine strafe muss er nicht fürchten das ist ja noch mal eine andere geschichte was passiert wenn der eigenbedarf dann gar nicht realisiert wird dann kommt nämlich immer die geschichte gerade als der prozess zu ende war haben wir uns getrennt habe ich einen job woanders bekommen viele von denen die dann ausgezogen sind kommen dann auch wieder nach einem jahr in die beratung und haben sagt nachbarn haben mir erzählt ist gar nicht da wohnt jemand ganz anders drin also das sind wirklich sehr viele das sagen auch die gerichte sozusagen dass diese diese ja vorgedeuchten eigenbedarfe sie auch sehr beschäftigen bei thomas und monika weiser hat der verlust ihrer wohnung spuren hinterlassen das gefühl der hilflosigkeit hat sich eingebrannt das wissen sie sind schutzlos es kann ihnen wieder passieren und die erkenntnis system relevant ist allein das geld vorne ist das graue da das hier ja also tatsächlich macht es so ein bisschen fassungslos ja weil es ja auch ein schönes haus ne ja wenn du das leer gehabt hat dann hätte er da einziehen können ja es ist schon frustrierend dass leute so einfach so ticken uns auch noch ticken können das ist eigentlich das was mich am meisten ärgert dass nicht mal irgendjemand merkt aha jetzt haben wir schon wieder ein haus gekauft wo alle leute dass das so dass das so keinen interessiert so keinen den es vielleicht interessieren sollte lisa ehlers und ihr mann joost haben in erster instanz gewonnen die räumungsklage wurde abgewiesen es war ein anderer richter der die aussagen der zeugen von familie unglaubwürdig fand noch ist das urteil nicht rechtskräftig die familie o wollte sich zu keinem zeitpunkt konkret zu den eigenbedarfskündigungen äußern